Das ist die neue spiegellose Mittelformat-Kamera Fujifilm GFX 50R mit 51 Megapixel-Sensor. Wir haben mit der GFX-Serie das Mittelformat nochmal komplett neu belebt. Bisher ist die Mittelformat-Kamera eher groß und schwer, eher im Studio zu Hause. Die GFX 50R ist noch kompakter, noch leichter, noch dünner. Der Stil einer Messsucherkamera ist das perfekte Kamerawerkzeug, um es wirklich immer dabei zu haben. Damit werden wir das Mittelformat noch einmal neu beleben.